Herzlich willkommen bei LebenskraftTV. Wir wollen euch heute ein Thema vorstellen, Hilfe zur Selbsthilfe und zwar die Bio-Kybernetik. Dazu bei unserem Studio zu Gast, der Eduard. Eduard, erzähl uns ein bisschen was darüber unseren Zuschauern. Was ist das genau? Was kann man sich darunter vorstellen? Also vielen Dank zuerst, lieber Oliver, dass ich da sein darf und das kurz zeigen darf und erklären darf. Bio-Kybernetik, also die Kybernetik ist eigentlich ein technischer Begriff, der die Regelsysteme von Geräten, von Maschinen und auch von Lebewesen bezeichnet. Dann ist es eben die Bio-Kybernetik. Regelsysteme darunter kann man sich vorstellen, zum Beispiel die Medizin schaut sich das Organ an, die betrachtet den Ist-Zustand dessen, was man sehen kann. Und die Kybernetik ist die Steuerung, die Regelung, die Mechanik, die dahinter steckt, die diese Funktionen dann ermöglicht. Und das ist eine Sache eher von Technikern. Nachdem das in der Medizin nicht Einzug gehalten hat, haben sich Techniker damit beschäftigt. Aber zuerst ist die Computertechnik auf diesen Zug natürlich aufgesprungen und hat aus diesem Regelverhalten dann Computer entwickelt. Im Grunde ist dieses Wissen aber ursprünglich schon von Menschen hergeleitet worden oder von Lebewesen. Da gibt es den Norbert Wiener, einen Mathematiker aus den USA, der das wissenschaftlich definiert hat, das erste Mal in den 50er Jahren. Es ist ja das Ganze eigentlich eine relativ einfache Methode, wo jeder erlernen kann. Da kommen wir später nochmal drauf. Das zeigen wir dann mal ganz kurz, wie das funktioniert, das Ganze. Und zwar ist es eine Methode, die man entwickelt hat, du hast praktisch dieses Wissen aus Erbschaft bekommen, sage ich jetzt einfach mal. Und es ist relativ eine einfache Methode, was jeder selbst erlernen kann, bei sich, Familie und so weiter anwenden. Und zwar kann man damit, wie du mir das erklärt hast, den kompletten Körper regulieren, auf eine ganz einfache Art und Weise. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Befindlichkeiten habe, die ich nicht so schön finde, dann kann jeder sich damit praktisch selber regenerieren, sage ich jetzt einfach mal. Kann man das so ausdrücken? Ja, wunderbar. Die Methode wurde ursprünglich vom Dr. Ingenieur Jan Gerhard Smith, also von einem Techniker, in 30-jähriger Forschungsarbeit entwickelt und bringt jetzt die Essenz dessen auf den Punkt. Und diese Essenz bringt sehr große Vereinfachung mit sich. Also erstens einmal darf man verstehen, dass dieses Regelverhalten in uns immer schon da war. Das ist nichts Neues. Nur wir haben es noch nicht ganz so verstanden, dass man das auch beeinflussen kann. Und zwar immer in die Richtung, dass die Automatismen des Menschen, des Lebewesens praktisch genutzt werden. Und das führt jetzt dazu, dass man einen einfachen Ablauf nur zu lernen braucht und diesen anzuwenden. Und der Organismus erkennt das als eigene Sprache und reagiert dann individuell. Deshalb können wir nicht voraussagen, was alles passiert. Es geht aber nach dem Grundsatz, dass es dem Gesunden gut tut. Und was dem Gesunden gut tut, geht auch den Kranken gut. Das ist dann kein Unterschied. Der Körper macht einfach sein Regelverhalten neu, er richtet sich neu aus, innerlich. Ich verstehe das auch als Körperpflege im Inneren. Wir haben jetzt erstmalig die Möglichkeit, nicht nur uns zu waschen und zu pflegen im Äußeren, sondern auch in unseren Funktionen eine Wiederherstellung der natürlichen Ordnung zu machen mit dieser Methode. Ja. Jetzt kennt man ja das Ganze. Es gibt ja viele, viele Methoden. Eigentlich Akupunktur ist jedem bewusst. Ja. Dann gibt es ja diese ganzen Klopftechniken, um Themen praktisch rauszubringen. Es gibt dann Hautstimulationstechniken, wo man dann auch verschiedene Phänomene damit erreicht. Das, was du hast, ist ja nichts anderes wie ein Metallstift, wo du dann praktisch auf einzelne Punkte drauf gehst und die irgendwie stimulierst. Ja, genau. Kannst du das mal uns zeigen, dass unsere Zuschauer sich was untervorstellen können, wie das funktioniert? Und zwar schaut das jetzt sehr einfach aus. Es hat aber eine lange Entwicklungsgeschichte, dieser Stift. Und zwar hat der Ingenieur Schmidt zuerst ein Gerät entwickelt, mit dem er sensationelle Erfolge gehabt hat. Er kommt ja aus Dresden und hat dort in der DDR damals das entwickelt. Und mit seinem Gerät ist das durch alle Zeitungen gegangen, was er ja für tolle Erfolge gehabt hat. Und 1991 hat er entdeckt, dass man diesen Stromimpuls aus dem Gerät gar nicht braucht. Also er hat seine ganzen Geräteentwicklungen dann eingestellt. Er hat keine wirtschaftlichen Gedanken gehabt, er möchte das Optimum aus dem System rausholen. Er hat alles eingestellt, obwohl er genug Geräte hätte verkaufen können dann. Er hat gesagt, nein, das reicht, so eine einfache Spitze zu haben, die ist vorne abgerundet und sticht nicht unter die Haut. Und das ist ganz wichtig. Aus der ganzen Sache war die Erkenntnis, dass die einfache Berührung ohne Druck auf der Hautoberfläche einen Impuls gibt, der diese Regelmechanismen anregt. Das sind dann körpereigene Impulse. Das heißt nichts mehr Fremdes. Und dadurch spricht der Körper darauf am besten an. Das ist die Erkenntnis aus diesen ganzen Entwicklungen. Aktiviert man da irgendwelche Meridianbahnen oder irgendwelche Akupunkturbahnen, wie man das in der chinesischen Medizin kennt, oder ist das komplett was anderes? Es sind die Reflexzonen. Es sind nicht die Meridiane direkt, sondern der Dr. Smith hat auch hier Forschungsarbeit gemacht. Und zwar hat er bestehende, bekannte Reflexzonen nachvollzogen und getestet. Er hat alles messtechnisch nachgewiesen und hat auch neue gefunden, neue Bereiche. Und er hat natürlich einen großen Plan, sozusagen Masterplan, was will ich, und hat festgestellt, er hat Gesetzmäßigkeiten entdeckt. Zum Beispiel etwas, bei jeder Störung des Wohlbefindens geht das immer einher mit einer Veränderung der Symmetrie des Körpers. Das heißt, es ist ein Naturgesetz, bei jeder Störung hast du eine Asymmetrie. Und jetzt war es eine einfache logische Erklärung, dass man eigentlich nur bei diesem intelligenten System, wie es ein Lebewesen ist, man braucht nur diese Asymmetrie jetzt neu ansteuern, dass sich die aufhebt und Symmetrie wieder einkehrt. Und daraufhin macht das System alles selbst. Deswegen macht das alles einfach. Wir brauchen nichts genaues Wissen. Wir machen diese Abläufe. Die Symmetrie ist das Ziel. Und wenn die wieder hergestellt ist, dann erledigt sich alles andere selbst. Man kennt es ja, man hat irgendwelche Verletzungen, man hat irgendwelche Schonhaltungen, die der Mensch einnimmt. So eine Schonhaltung kann man auch wieder damit unterstützen, dass sich das automatisch wieder reguliert. Oder wie weit geht denn das eigentlich, dass man praktisch das Skelett wieder komplett ausrichten kann, dass das alles wieder in die Symmetrie passt? Ja. Also die Schonhaltung kommt ja erst dann, wenn du schon eine Störung hast. Wenn du zum Beispiel eine Verspannung hast und einen Schmerz, dann gehst du die Schonhaltung um den Schmerz nicht zu haben. Das ist schon eine Kompensation des Körpers. Und genau das ist es, was der Dr. Smith gesucht hat. Warum macht der Körper eine Kompensation und wie macht er das? Und wenn man das weiß, dann kann man natürlich in die umgekehrte Richtung gehen und sagen, jetzt machen wir mit dem selben Signal die Kompensation rückgängig, wenn wir an der Ursache das lösen. Und warum ist der Mensch in diese Schonhaltung gegangen? Und da ist es auch ganz wichtig zu wissen, dass nicht dort, wo ein Symptom auftritt, das interessiert uns in diesem Fall nicht, weil dort ist nicht das Thema selbst. Das Thema wird meistens auch aus Muskelverspannungen entsteht, dass der Körper dann aus der Symmetrie kommt. Und jetzt muss man eigentlich nur durch Impulse und Signale praktisch diese Muskulatur wieder mit Energie sättigen. Ja. Und damit lassen Sie diese Verspannungen los und alles richtet sich von selbst wieder ein. Okay. Wenn man das macht, was sind deine Erlebnisse damit? Was hat sich da schon alles reguliert? Ja, also wenn ich das aufzählen würde, das würde heute den Rahmen sprengen. Eben so ein paar Beispiele einfach mal, dass ich vielleicht ein bisschen was darunter vorstellen kann. Es wäre nicht sehr seriös von mir, wenn ich jetzt ein Ergebnis, das bei einem Menschen war, auf einen anderen übertragen würde. Aber ich sage nur ein Beispiel vielleicht. Das ist signifikant für diese Sache. Zu mir ist ein Doppelweltmeister, ein Sportler gekommen. Der macht Speed skiing und lässt sich mit 220 den Berg runter. Dass dieser Mensch natürlich perfekt in seiner Symmetrie sein muss, weil jeder Millimeter macht bei ihm eine Kurve. Deswegen ist er auch zu mir gekommen, weil er wissen wollte, bin ich genau in meiner Symmetrie oder nicht. Und da waren ungefähr nur zwei Millimeter schätzungsweise Abweichungen. Und ich habe mit ihm gearbeitet, um diese inneren Verspannungen dann zu lösen, an diesen speziellen Punkten für ihn. Und plötzlich sitzt er auf und sagt, es ist jetzt ganz komisch, ich kann es nicht fassen, ich rieche plötzlich wieder. Er hat mir zum Beispiel nicht gesagt, dass er schon seit Monaten keinen Geruchssinn mehr gehabt hat. Und plötzlich riecht er wieder. Das habe ich nicht gewusst. Und deswegen kann man das nicht als Therapie bezeichnen, weil der Therapeut würde natürlich gezielt vorgehen. Das machen wir nicht, das können wir ja gar nicht. Das soll ja auch einfach bleiben für alle Menschen, leicht zu machen. Unsere jüngste Teilnehmerin ist zum Beispiel sieben Jahre, die das gelernt hat. Und die arbeitet wunderbar damit und hilft der Familie. Die Älteste 84, die wir in den Kursen gehabt haben, um das zu übernehmen. Es geht auch darum, unsere Ausrichtung ist so, mit dieser Überlegung, das sind alles Systeme, die jeder Mensch in sich hat. Ich kann nicht hergehen und sagen, ich beanspruche daraus etwas. Etwas, was dir gehört, kann ich nicht beanspruchen. Unsere Aufgabe ist nur das Wissen, das der Dr. Smith geschaffen hat, diese Kenntnisse weiterzugeben. Nicht einmal so hochwissenschaftlich, sondern eher nur die Kenntnisse, damit es jeder nutzen kann. Das ist das Ziel und die Aufgabe. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Und da kann man ja bei dir sich melden. Du bietest ja da Kurse an. Wie lange dauern die Kurse? Ein, zwei Tage? Ja, eineinhalb Tage. Eineinhalb Tage dauern die Kurse. Man lernt da am Vormittag theoretische Grundlagen. Und vor der Mittagspause noch die Eigenanwendung, wie man es macht, welche Punkte für sich selbst. Und am Nachmittag geht es dann weiter mit Üben. Der ganze Nachmittag wird geübt. Und am zweiten Tag bis Mittag kommen dann noch ergänzende Dinge, noch Hilfestellungen. Was ist, wenn das ist und so weiter hinzu. Und somit haben wir eine abgerundete Sache mit eineinhalb Tagen, wo wir eben dieses Wissen dann in der gemeinsamen Gruppe ausarbeiten. Also super Sache für jeden Privatmann oder für Therapeuten, Ärzte und so weiter, die halt noch ein bisschen mehr machen wollen, wie herkömmlich so angeboten wird. Ja, es ist keine Heilung von Krankheit beabsichtigt, sondern es ist so, dass wir das innerhalb des Vereins machen. Wir haben da einen gemeinnützigen Verein gegründet von Anfang an, seit Ende 2012. Und wir sind inzwischen eine nicht mehr so kleine Gruppe von 800 Menschen, die zu unserem Verein gehören. Und ja, das macht große Freude, diese Hilfe zur Selbsthilfe weiterzugeben. Und die Menschen helfen sich selbst und sind autark. Das heißt, eine gewisse Autarkie der Gesundheit. Das ist das Ziel. Und die große Vision für die Zukunft ist es ja, wenn ich mir das so vorstelle, von jeher sind wir gewohnt, dass wir für den Glauben etwas tun. Und da gibt es die Kirche, für die werden Spenden gesammelt. Dann gibt es die nächste Institution, da schauen wir auf unsere materiellen Güter. Das ist die Freiwillige Feuerwehr. Da sind in dieser Dorfgemeinschaft Menschen, die finanzieren gemeinsam die Feuerwehr und setzen sich ein dafür, wenn es brennt, dass man schnell hilft. Und die große Vision, dass es ein Haus der Gesundheit in jeder Gemeinde gibt. Ich könnte mir da eine Jurte gut vorstellen, die vielleicht am Ortsanfang steht, auf der grünen Wiese. Und jeder, der dort hinkommt, weiß schon, ah, da ist das Haus der Gesundheit und die Menschen helfen sich dort selbst. Das wäre die Vision für die Zukunft. Das möchten wir machen. Ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Eduard, vielen lieben Dank, dass du hier bei uns warst im Studio. An unsere Zuschauer, wenn ihr Interesse habt, einfach mal für sich selbst was zu machen, dass man einfach Dinge, eigene Befindlichkeiten, sonstiges oder in der Familie, einfach mal ein bisschen experimentieren, ausprobieren. Wie verändert sich die ganze Symmetrie im Körper? Und was passiert dann? Was verändert sich von den eigentlichen Dingen, die man hat? Wenn ihr da Interesse habt, wie gesagt, es gibt Seminare vom Eduard, eineinhalb Tage könnt ihr das Ganze euch anschauen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020